Ich habe hier zwei Geradengleichungen, einmal die Gerade 3x plus 1 und einmal die Gerade minus 2x plus 6. Die sind jetzt zum Beispiel, wenn man die zeichnen würde, in einem Koordinatensystem ungefähr die eine so aus, die andere so aus. Und wir sollen jetzt diesen Schnittpunkt hier berechnen. Man kann den auch zeichnerisch ermitteln, dann müsste man halt beide zeichnen und dann den Punkt ablesen, aber hier soll das Ganze rechnerisch passieren. Und dazu setzt man diese beiden Gleichungen einfach gleich. Also man schnappt sich die eine Geradengleichung, die 3x plus 1, und setzt die gleich der zweiten Geradengleichung, minus 2x plus 6. Und jetzt hat man nur noch eine einzige Gleichung und löst die nach x auf. Dazu bringen wir alles, was ein x hat, nach links und alles, was kein x hat, nach rechts. Starten wir vielleicht erst mal mit der minus 2x hier. Die wollen wir auf die linke Seite bringen, also rechnen wir plus 2x. Dann wandert die auf die andere Seite, also haben wir hier 3x plus 1 plus 2x. Und auf der Seite steht nur noch die 6. Und jetzt nehmen wir noch die Zahl hier auf die andere Seite, also minus 1. Dann haben wir hier 3x plus 2x. Die bleiben übrig, wir rechnen sie gleich auch zusammen. Und hier haben wir 6 minus 1, das sind 5. Die 3x plus 2x dürft ihr zusammenrechnen. Da kommen 5x raus, gleich 5. Und jetzt müssen wir noch fertig nach x komplett auflösen, also einmal durch 5 rechnen. Weil die 5 hier ist ja jetzt mit einem Mal mit dem x verbunden. Und um diese Verbindung hier zu trennen, müssen wir durch 5 rechnen. Also steht hier nur noch x und hier steht 5 durch 5, das ist 1. Und wir haben unseren Wert für den Schnittpunkt gefunden, nämlich auf der x-Achse bei 1. Und jetzt müssen wir noch den Wert auf der y-Achse dazu ausrechnen. Dazu nehmt ihr euren Wert, den ihr gefunden habt, die 1, und setzt sie einfach entweder hier in der Gleichung ein oder hier in der Gleichung. Ich schnappe mir jetzt mal die erste Gleichung. Also y wäre dann 3 mal für das x, setzen wir die 1 ein, also 3 mal 1 plus 1. Wenn wir das ausrechnen, kommen wir auf 3 mal 1 sind 3, plus 1 sind 4. Also das hier ist der y-Wert dann zu unserem Schnittpunkt. Das heißt, unser Schnittpunkt dieser beiden Geraden wäre dann vom x-Wert 1 und vom y-Wert 4. Also wenn ihr den Schnittpunkt von zwei Geraden ausrechnen müsst, setzt ihr diese beiden einfach gleich, die eine gleich der anderen, löst die nach x auf, dann habt ihr euren x-Wert für euren Schnittpunkt und dann setzt ihr diesen Wert nochmal in eine dieser beiden Gleichungen ein, rechnet das aus und erhaltet dann euren y-Wert für euren Schnittpunkt.